Ja Leute, in diesem Video mache ich neue wöchentliche Aufträge Woche 8 und zwar der Zusatzauftrag, also sozusagen der Ex-Auftrag und zwar lege das Zahn zurück, während du mindestens 4 leere Inventarslots hast insgesamt 1337 Meter müssen wir zurücklegen, ein Levelaufstieg bekommen und damit fangen wir direkt an mit dem Auftrag Ja Leute, ich empfehle euch auf der Karte ganz genau hier bei der Rennstrecke zu landen denn es gibt hier sehr verschiedene Fahrzeuge und ihr seht, wir müssen insgesamt mindestens 4 Inventarslots frei haben deswegen zur Sicherheit nehmt euch eine Waffe mit oder einen Gegenstand und lässt 4 Slots frei, also 1, 2, 3, 4 und jetzt steigt ihr in ein Fahrzeug am besten, markiert zum Beispiel hier Megacity und ihr müsst jetzt dorthin fahren, es wäre 400 Meter, ich brauche noch 100 Meter ungefähr dann hätte ich den Auftrag abgeschlossen ihr braucht natürlich 1337 Meter zurückzulegen und ihr seht, wir haben jetzt schon den Auftrag abgeschlossen und ja Leute, damit ich sagen, kehren wir zurück zur Lobby und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal lasst die Glocke, die ich jetzt kein Witz mehr verpasse damit ich einfach sagen, war es schon mit dem Video und ciao, war 3 im nächsten Mal Leute, tschüss, tschüss ciao, w SUS! Bis zum nächsten Mal.